Moin Leute, der Jugendgamer wieder hier. Ich bin noch auf dem Weg nach Hause. Ich bin gerade an der Haltestelle. Wir spielen heute wieder Kuchenon. Grob, Geld, Blau. Aber wundert euch nicht, wenn ich nicht alt wie Lada oder eben im Schloss gar nicht lachen kann. Ich bin auch auf dem Weg nach Hause. Heute kommen etwas weniger Videos gleich heute. Ich bin wahrscheinlich mit dem Freund von der Schule spiele. Und bitte nicht wundern, dass ich jetzt nicht so viel rede und dir nicht Spaß kann nicht doll kommen. Dafür kann ich nichts. AUSCH! Schaut euch mal das Video an. Bewerten Sie sich. Guten Feed, negativ, mir egal. Bleibt gesund und viel Spaß beim Video. Ich brauche auch nicht zu gucken, dass man in den Bus kommt. Wenn man in den Bus kommt. Dann punkte man alle Level 1. Ich bin auch nicht so gegen die Tränen, aber ich kann doch nicht. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Äh. 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 Warte mal. Warum nutzt das ja ich da? Hier, die sind in einem Weg. Ich kann es nicht vergehen. Ich habe dafür nicht die rechte Aufnahme-App. Ich könnte mir auf ein paar Links schicken, weil ich kenne nicht alle Aufnahme-App. Okay, ich hätte es momentan natürlich Spaß beim Video. Jetzt müssen wir auf von, dann Otten. Jetzt weiß ich nicht was hier richtig da ist. Ich muss es jetzt mal praktisch angehen. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. LOL Nehme noch Can. Ja, ne noch Can. Ich weiß hier hinten eh keine Chance. Dann werden wir erst mal das Gamecrunchen lassen. Neu von mir. Oh, ne doch nicht. Was ist das denn für eine Arena? Ja, das ist wohl die offizielle Arena. Ich muss mal kurz nachdenken. Warum haben mein Chili so weiter keine Türen? Ich hab schon weiß, oder? Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020